Herzlich Willkommen hier auf meinem Kanal. Ich habe heute das My Little Box Unboxing für den Monat Juli schon. Heute ist es sehr colorful geworden. Ich habe heute gedacht, wollen wir heute mal ein bisschen Farbe reinbringen. Und das passt auch passend zu dem Thema, denn ich habe heute die My Little Box bekommen bzw. schon vor ein paar Tagen. Aber ich spoilere natürlich nicht für die, die dauernd Dauerarbeiten sind. Deswegen habe ich sie jetzt für euch ausgepackt. Und zwar ist es jetzt die, ich bin ganz schlecht in französische Wörter, La Pithin, irgendwie in die Richtung. Sie hat My Little Box mit der Kooperation mit LaRouche-Porsay oder Porsay. Och Gott, das ist so schlimm. Und ich habe die My Little Box zur Verfügung gestellt bekommen. Das werde ich natürlich hier oben durch PR Samples praktisch auch markieren. Die My Little Box ist ein Abonnementen-Service, den ihr für 17 Euro und ein paar Cent euch nach Hause schicken könnt. Alle Informationen stehen unten in der Infobox. Und da geht es einfach darum, das ist praktisch ein französisches Packing-Service für euch, die wirklich mit so derart viel Liebe. Und Leute, ich habe im letzten Monat, zeige ich euch definitiv nochmal, diese wunderschöne Tasche zugesendet bekommen. Also das heißt, ich habe die, also praktisch die My Little Box zugesendet bekommen. Und die hatten praktisch so eine Kollaboration mit einer, ich glaube, Saison, 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 irgendwie auf jeden Fall in die Richtung. Haben sie praktisch so was, praktisch reingepackt. Und wir packen auf jeden Fall heute mal die My Little Box aus. Das heißt, bist du noch nicht Abonnent meines Kanals, hol das bitte, bitte nach. Einfach unten den Button drücken, abonnieren und die Glocke aktivieren, damit du praktisch meine Videos auch nicht verpasst. Und ich hoffe, wie gesagt, ihr habt da richtig Bock drauf, denn ich bin jeden Monat sowas von obsessed mit diesen Produkten. Diese Produkte übersteigen weit den Wert von 17 Euro. Ich glaube 17,50 Euro, 17,99 Euro. Wie gesagt, ganz genau schreibe ich das unten rein. Absolut übersteigt es immer den Wert zu dem, was ihr da bekommt. Ich habe schon Schneidebretter bekommen. Ich habe eine wunderschöne Tasche dazu bekommen. Also es waren wirklich tolle Produkte, die ich halt wirklich sowas von gefeiert habe. Die habe ich auch regelmäßig praktisch jetzt in die Stadt mitgenommen. Super praktisch, super gut verarbeitet. Und wenn ihr wissen wollt, was in der Juli Box von My Little Box drin ist, dann bleibt einfach dran. Die My Little Box kommt immer super verpackt, Leute. In wirklich custom-made gemachten Kartons zu euch. Das heißt, bei der Tasche waren es zum Beispiel so ein Oktagon, so ein Stoppschildförmiges. Und ihr bekommt wirklich jede Menge Informationen dazu. Hier habe ich die ganzen Produkte praktisch. Voll süß, das Bild. Das müsste ich mir eigentlich direkt hier hinpacken, damit ich genau weiß, ich bin reif für die Insel. Ihr habt dann praktisch so ganz tolle Produkte. Also hier ist zum Beispiel alles, was an Produkten drin ist. Jetzt schauen wir mal. Also das erste, was ich hier sehe, sind Seventies My Little Box. Och Gott, das sind Klippohrringe. Oh, wie cool. Also die My Little Box diesmal, also ich fange mal an mit dem kleinsten. Und zwar sind das Klippohrringe. Voll cool, ich muss die jetzt fragen. Klippohrringe finde ich eigentlich ganz cool, weil tatsächlich habe ich zwar Ohrlöcher, aber ich benutze die halt super selten. Und habe jetzt hier praktisch so Klippohrringe. Ich muss sowas mal testen. Ich weiß nicht, meine Oma hat das früher benutzt und ich habe da immer dran gedacht. Aber ich selber habe das natürlich nie benutzt. Ich finde das ja total cool. Die sind ja irre schick. Also die haben auch so einen richtigen Seventies Look, Leute. Aber ich finde die halt geil. Was halt sehr, sehr schön ist, sind die nicht schick. Was halt sehr, sehr cool bei der My Little Box ist, es ist halt nicht nur so eine Make-up-Box, wie zum Beispiel so eine Glossy-Box oder so, sondern es ist halt einfach eine Box, wo ihr auch Lifestyle-Sachen bekommt. So Ohrringe, Halstücher, auch wirklich teilweise. Ihr kriegt natürlich Kosmetik da drin, aber jetzt nicht übermäßig. Also es ist so eine Lifestyle-Box, die ich persönlich wirklich mega gut gelungen empfinde, weil ich einfach finde, dass die sauber eingepackt sind und auch wirklich mega Spaß machen. Dann habe ich hier einen erfrischenden Sommernebel. Unser Wunderwaffe für den Sommer heißen Pastel oder auch Deutsche Indigo, Aloe Vera und Spirulina. Und die dürfen abwickeln. Oh, die sind richtig schwer, die Ohrringe. Ähm, das ist praktisch ein Body Spray. Das muss man hier aufmachen. Uh, das riecht richtig frisch, so ein bisschen Grüntee-ähnlich. Vielen Dank. Ähm, dann habe ich hier noch... Äh, Leute, kleine Empfehlung. Behaltet diese My Little Box Boxen, denn die kann man super zum Organisieren eures Make-ups verwenden. Also ich benutze sie tatsächlich. Und jetzt haben wir hier ein Hamak. Äh, Lunetz des Holal. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, Leute. Auf jeden Fall shame on me. Also, äh, dein Etui für den Sommer. Deine Lieblingsbrille jubelt schon. Oh, das ist ein Grill... äh, ein Ding. Ach, no. Also auf jeden Fall, das da oben lese ich nicht. Das ist ein Brillenetui. Oh, ich liebe das. Ich hasse... I'm so sorry, I'm so bad in French. Ich kann überhaupt kein Wort. Ähm, auf jeden Fall mega süß. Ach! Schaut mal, das ist eine total süße, ähm, zusammen... äh, knuddelbare, ähm, Brillenetui. Total cool. Ich habe tatsächlich irre viele Sonnenbrillen. Ich fasse auch heute super zu meinem Augen-Make-up. Vielen, vielen Dank. Mega süß. Ich mag auch solche ganz weichen Ledertaschen, weil die einfach so geil sind. Weil die einfach mal was hermachen. Und dann haben wir hier noch einen Beutel. Äh, die Beutel würde ich auch... äh, die behalte ich auch immer tatsächlich, weil ich die halt super cool finde. Die sind auch mega fest, Leute. Also, vor allen Dingen, ähm, das ist beschichtet. Das sieht aus, wenn ihr da was transportieren könntet für... Oh! Ich habe von der Marke LaRouche ein Micellenwasser für sensitive Haut bekommen. Ähm, sehr, sehr geile Größe. Ich liebe einfach diese Travel Size. Ich zum Beispiel, ähm, hab so ein... Also, ich kaufe bei unserem Inder, bei uns in Zuffenhausen praktisch immer den Micellen... Also, nicht Micellenwasser, sondern Rosenwasser. Was ich hier in diese, ich sag mal Reisebottiche reinpacke, die ich beim DM kaufe. Weil ich die in die Arbeit mitnehme und natürlich nicht diese riesen Glasfasche mitnehmen möchte. Also, super cool. Vielen, vielen Dank. Dann habe ich von... Oh! Da habe ich einen, äh, 50 plus... Schaut mal, der kennt Nainai. Nainai! Nainai! Schaut mal! Der prankt immer meine Videos. Das ist so süß eigentlich, gell? Also, man hat hier überall die Tierchen. Ähm, übrigens, mein Katerchen kommt am Samstag die Woche. Das Video seht ihr jetzt am Mittwoch. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin so aufgeregt. Und ich hoffe, ihr freut euch, weil ich werde nämlich einen Vlog darüber drehen, ähm, wie ich praktisch ihn abgeholt habe und so. Ich bin auch total aufgeregt. Ähm, das ist einfach ein, ähm, ähm, sei so eine Sonnenschutzcreme. Genau, 50 plus. Ähm, was halt sehr cool ist, ihr habt halt auch die Möglichkeit, wirklich tolle Produkte zu testen. Ihr kriegt ja nicht nur, ihr kriegt ja wirklich nicht nur kleine Produkte. Ich habe zum Beispiel letztes Mal dieses irre geile Rituals Body Spray benutzt. Und, oh mein Gott, also das ist mit Abstand der coolste Duft. Also, ich mag diese Rituals Produkte durch diese Möglichkeit total gerne. Und dann habe ich einen Snoothing Protecting Shower Gel. Ein Shower Gel von LaRouche. Ich glaube sogar, dass das eigentlich fast die Fauxize sein sollte. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie das riecht. Ich mache es mal auf. Also, das ist wirklich wie Weihnachten, wenn ihr jeden Monat die Weihnachts-, äh, eine Weihnachtsbox bekommen würdet. Ähm, ich selber muss euch sagen, ich habe die jetzt, glaube ich, den dritten oder vierten Monat erhalten. Ich würde sie auf jeden Fall abonnieren. Also, nicht ohne Scheiße jetzt, auch wenn ich die Sachen jetzt gekriegt habe. Ähm, die Box ist einfach so, so, ähm, geil gemacht. Und auch so cool von der Idee auch, dass ich ehrlich gesagt, ähm, sagen muss, ich würde sie definitiv abonnieren. Nachdem ich dieses Ding... Ist ja furchtbar, ich kriege es nicht auf. So, uh, uh, ich habe eine Ecke aufgepult. Also, wie gesagt, es ist eine tolle, eine mega tolle Box. Ich habe, boah, ich hasse diese Verschweißbrenner. Da kriege ich echt, da kriege ich auch Schweiß. Oh. 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 Finally. So. Wow, das riecht richtig gut. Das riecht auch richtig sauber, so nach Micellenwasser, irgendwie sowas fürs Gesicht. Aber ich glaube, das ist einfach nur so ein Schauergel. Ähm. Das ist seifenfrei. Jetzt muss man gucken. Use. Apply day to face and body to moist skin. Also, das ist so ein, äh, so eine Geldusche, auch fürs Gesicht. Ich werde das auch wieder in die Arbeit nehmen. Das ist richtig, richtig geil. Dann bekommt die Package immer so ein, so ein Sheet, was für was. Also, zum Beispiel hier. Die Ohrringe für den Sommer. Die stylische Sonnenbräne Etui. Dann Model Beauty. Was steht da? Ah. Dieses Body Spray. Dann steht da zum Beispiel das, äh, Wet Skin Gel. Das ist dieses, was ich da, das Kleine davon... Wo hab ich es jetzt hin? Ah, das ist das Wet Skin Gel. Wusste ich gar nicht. Ist das ein Gel? Ja. Ähm. Und dann gibt's dann praktisch noch das Micellenwasser und das Duschgel. Also, ihr habt wirklich so viele Sachen da drin, dass ihr wirklich ganz verschieden durchgucken könnt, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Und ich hoffe, wie gesagt, dass diese Unboxings euch mega viel Spaß machen. Ich liebe die Model Box. Sie ist wirklich... Wenn ich davon nicht überzeugt wäre, Leute, würde ich sie euch definitiv nicht empfehlen, weil einfach ich sehr, sehr ehrlich bin mit euch und ich einfach denke, wenn ich jetzt es selber nicht kaufen würde, warum soll ich es euch dann empfehlen? Schaut gerne mal auf der Seite vorbei. Sie ist wirklich so süß. Ähm, das letzte Unboxing habe ich etwas später euch gezeigt, weil es einfach so viele Sachen im Internet gegeben hat, die überflutet waren. Ich hatte auch noch so viele Videos in Planung, dass ich das dann praktisch dazwischen reingeschoben habe. Und ich hoffe, wie gesagt, dass euch diese Videos gefallen. Lasst eben auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, meine Hübschen. Malz Tänke Tänke Apropos Tänke